Meine Damen und Herren, sehen Sie sich das an! Die Anklage gegen Liza Elliott! Ich angeklagt? Weswegen? Du hast vor Jahren diesen Dreckschreibtisch geheiratet. Du willst mich nicht heiraten, stimmt das? Ich habe wirklich genug von Glamour Girls. Entscheide über das Titelplan, sonst wusstest du immer sofort, was du willst. Mein Schiff hat Truhen von Gold an Bord, brillanten Elfenbein. Ich glaub, daran es wird irgendwann in den Hafen ein. Das war ganz entzückend. Wer hat das komponiert? Die Anklage gegen Liza! Die Anklage gegen Liza! Vielen Dank.